Also ich muss auch ein Zivilgesellschaftsbuch Danke. Darf ich mich in den Saarhof wieder kommen? Weil da sind seine Räume vorgelegt. Und jetzt haben wir noch zu wollen, ich möchte die Stücke so hoch schlafen, und die Berufsgruppe, die sind ja keine Räume vorgelegt. So wird es sein, dass Stücke so hoch ist. Ich wollte die Frischreiber weren't, und das ist das Erdnitzelung. Ich bin ein Schüler von uns in der Kälte. Und ich bin ein Schüler von der Baunen. Ich wollte nicht nur glad, sondern ich wollte es dann auch an den Räume vorbeige. Es ist das aber nicht wirklich, oder? Ja, also wir wollen, aber es war nicht mehr so frei. Wir sagen, das ist ein Fisch. Wir reden nicht immer die Rede. Sie müssen sehen, wer hat die Gruppe. Sie müssen sehen, wer hat die Gruppe. Die Gruppe gibt es auf der Kalienbahn. Das ist 5 cm. Das ist eine große Herausforderung. Jetzt ist der Arsch wieder ein bisschen mehr. Wenn jedes Kindertag kommt, ist es schon nicht so gut. Es ist immer nur so gut. Ich glaube, der kriegt 30 Jahre. Es ist ja ein bisschen mehr. Und doch bloß das Laufen. Man fühlt sich noch ein bisschen zu. Sie gibt es ja die Ereignisse. Die Ereignisse ist ja wichtig. Die Gasse ist schon sehr gut. Wenn man die Ereignisse ist, dass die Ereignisse ist. Aber die Türen hat sich schon gut. Den Гasse ist ein bisschen öfter und da wird es in Bete. Wenn man sich in Bete. Es wird die Ereignisse machen, oder bin sie in Bete. Da wird es ja schon geben. Da wird es ja schon geben. Ja. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich